Zum Immobilienbüro. Kaufen, Mieten, ein Appartement, ein Haus, eine Junggesellenwohnung ansehen. Guten Tag, nehmen Sie Platz bitte. Danke, guten Tag Ihnen auch. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche ein Zweizimmerhaus. Zum Einkaufen oder zum Mietern. Ich möchte es für mich und meinen Mann kaufen. Welche Zone suchen Sie? Haben Sie eine Idee? Ja, ich möchte in der Nähe von Uniri Platz, wenn Sie etwas verfügbar haben. Also, Sie suchen eine zentrale Zone. Ja, ich will in der Nähe von meinen Eltern wohnen. Verstanden. Jetzt suche ich etwas Passendes für Sie. Möchten Sie ein Appartement in einem alten oder neuen Wohnblock? Nicht sehr alt, aber nicht unbedingt neu. Schauen Sie mal. Ich fand ein 5 Minuten weit von Uniri Platz in einem Wohnblock, der in 2000 gebaut wurde. Wohnzimmer und Schlafzimmer, Bad, Küche, Balkon, Flur, eine Oberfläche von insgesamt 80 Quadratmeter. Es kostet 100.000 Euro, aushandelbar. Ja, das ist der Fett. Ich möchte es ansehen. In dem Appartement. Es ist wirklich schön und geräumig und die Zone ist genau, was ich seit langem suchte. Und der Preis ist auch okay, meiner Meinung nach. Möchten Sie es durch die Bank oder Bargeld bezahlen? Bargeld finde ich es perfekt. Mein Mann wird aufgeregt sein. Dann, am Abend um 6 Uhr, warte ich auf Sie zusammen mit Ihrem Mann, um den Kaufvertrag mit dem Besitzer zu unterschreiben. Perfekt. Vielen Dank. Sie sind sehr nett. Dafür nichts. Sehen wir uns um 6 Uhr. Bis gleich. Bitte führen Sie die folgenden Übungen durch, um besser diesen Dialog zu verstehen und die neuen Wörter und Phrasen auswendig zu lernen und Ihre Deutschkenntnisse zu üben. A. Übersetzen Sie den Dialog mit Hilfe des Wörterbuchs und 1. Nehmen Sie die neuen Wörter und Ausdrücke heraus. 2. Bilden Sie einen Satz mit jedem von diesen, in dem die Verben im Passiv sein müssen. 3. Überprüfen Sie die von Ihnen früher gemachte Übersetzung mit der offiziellen Übersetzung. 4. Finden Sie je zwei Synonyme und Antonyme für die neuen Wörter. b. Schreiben Sie einen Aufsatz von etwa 8 Zeilen, in denen Sie über den Nutzen von einem Immobilienbüro zu erklären, bestimmt, dass viele Personen Internetzugang haben. c. Identifizieren Sie im Dialog die Verben im Konditional und konjugieren Sie im Konditionalpräsens und Konditionalperfekt. d. Finden Sie neun Antonyme für neun Adverbien in diesem Dialog. e. Schreiben Sie zwei Anzeigen. 1. Zum Verkaufen einer Wohnung Haus, Appartement, Jugend, Seelen, Wohnung, Bungalow 2. Zum Verkaufen einer Wohnung 1. Für die tęne. 5. 15. 12.